Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute sprechen wir über gigantische Veränderungen des Handels, des Fracht- und Wirtschaftssystems von Star Citizen über das Jahr 2022 und über persistente Hangars. Lasst also gerne ein Abo für mich da, wenn ihr euch für Star Citizen Themen interessiert und wir starten direkt hinein. Schnallt euch am besten an, denn es ist wirklich extrem umfangreich. Das aktuelle Fracht-System, welches wir nun seit der Alpha-3.0 mehr oder weniger haben, funktioniert ja so, dass uns die im Shop gekauften SCU-Kisten direkt in den Frachtraum ja statisch hinein teleportiert und beim Verkauf auch wieder heraus teleportiert werden. Wir können damit also nicht interagieren, wir können sie auch nicht verschieben oder umstellen oder sonst irgendwas damit tun und wir können sogar durchlaufen in den meisten Fällen. Auch bei Explosionen von Schiffen wurde das bisher nur getrickst, sodass nur ein kleiner Teil der Fracht umherflog und eben nicht die eigentlichen Container, die die Explosionen überlebt haben. Damit ist aber bald Schluss, denn in Zukunft soll es ein völlig neues Frachtsystem geben, was modern und auch zukunftsorientiert funktioniert, um die Vision dieser Mechanik weiter auszubauen. Alle Fracht-Container werden dann physikalisch innerhalb des Frachtraums stehen, sind beweglich, können also auch geklaut werden und interagieren mit dem persistenten Hangars, zu dem wir dann im Detail nachher noch kommen. Das neue System wird sich auch auf die Art und Weise auswirken, wie wir unsere Schiffe be- und entladen und wie Fracht-Missionen funktionieren. So, wie läuft das? Also, CRG unterscheidet erstmal zwischen Waren-Containern, welche unterschiedlichsten Arten von Handelswaren enthalten können, und Inventar-Containern, die wiederum Items enthalten, wie zum Beispiel Waffen oder Rüstungen. Da beide mit dem Frachtgitter unserer Schiffe interagieren, werden wir also auch beide gleichermaßen verladen und handeln können. Das erlaubt auch die Plünderung von anderen Schiffen sowie den Verkauf illegaler Waren von anderen Spielern oder NPCs, wenn wir dort nämlich in die Schiffe reingehen und denen die Boxen einfach klauen. Denn die Lokalisierung der Gegenstände wird nicht mehr statisch festgelegt, also an das Eigentum des Käufers, des Accounts quasi gebunden, sondern an den Ort dieser Fracht, also je nachdem, welcher Spieler gerade im Besitz des Containers ist, sozusagen. Um es vielleicht mal ganz kurz und knapp auszudrücken, es ist mehr oder weniger wie im Real Life. Wir verladen unsere Schiffe beispielsweise mit dem Traktorstrahl per Hand und entladen sie auf die gleiche Weise. Egal ob Handelswaren oder Lootkisten, werden sie von uns also manuell platziert, was dazu führen wird, dass wir auch platzsparend stapeln müssen, um den Frachtraum voll auszunutzen. Wir können selbst bestimmen, was wohin kommt, was dann wieder beim Entladen wichtig sein wird, um nicht so viele falsche Waren vorne stehen zu haben, sondern eben die richtigen Waren, die man jetzt gerade ausladen will. Und wann immer wir auf Piraten treffen, werden sie uns unsere Fracht streitig machen können, also uns ausrauben und damit ein tatsächliches Piraten-Gameplay spielbar bekommen. Es bedeutet aber auch, dass unsere Mitspieler mit entsprechender Erlaubnis unsere Waren verwalten können und somit das Multi-Crew-Gameplay im Frachtbereich an Wichtigkeit gewinnt. Immerhin dürfte es ja auch wirklich schwierig werden, hunderte SCU alleine in eine Caterpillar oder eine Herkules zu verladen. Diese neue Frachtmechanik gilt dann übrigens auch für die Erztaschen der Prospector oder Argo Mole, denn im Unterschied zum bisherigen System, in dem Frachtkisten oder Mining-Container nur als Grafik dargestellt werden, handelt es sich eben bei dem neuen System um echte Entitäten, also um physische Objekte, die entsprechend benutzt und verwaltet werden können. So soll dann ein befreundeter Frachter beispielsweise neben eine Prospector fliegen können und per Traktorstrahl die vollen Erzbeutel in sein Schiff verladen, um diese dann zu verkaufen, als wären es seine eigenen. Und auch hier werden wieder Piraten in das Gameplay finden, denn auch sie können gleichermaßen, nur dann eben ohne Erlaubnis, ein Mining-Schiff entsprechend ernten können. Wie diese Säcke dann wiederum leer zurückgebracht werden zur Prospector wird hier noch nicht gesagt, aber möglich, dass man sie einfach mit einem Interaction-Menü anstecken kann. Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei den Frachtcontainern um physische Objekte handelt, können diese dann zukünftig auch beschädigt werden und sollen, ebenso wie Schiffe, einer Abnutzung unterliegen. Wird ein Schiff gesprengt, kann also auch der etwaige Schaden an jedem einzelnen SCU-Kistchen spezifisch simuliert werden, was dann die Piraten beispielsweise dazu bringen soll, ihre Gegner eben doch nicht zu zerstören, sondern auf anderen Wegen ins Schiff zu gelangen, die ja weniger tödlich sind, weniger explosiv sind, um einfach möglichst viel Profit mit den Waren machen zu können. Also auch das ist ganz im Sinne der Permadeath-Mechanik für später. Bevor wir aber ins Träumen abdriften, kommen wir schnell wieder zurück und sprechen mal über die Physik hinter diesem System und wie es dann im Spiel ganz konkret umgesetzt wird. Um eine Frachtbox ins Schiff zu bringen, wird mit dem Actor Feature Team zusammengearbeitet, um mehrere Möglichkeiten anzubieten. Neben der Option, einen Container mit der Hand in den Frachtraum zu tragen und diese dort abzulegen, wird es auch mit dem Traktorstrahl gehen. Es sollen aber auch Trolleys zum Einsatz kommen, sowie später noch andere Verladehilfsmittel, um größere Kisten oder eben auch größere Mengen auf einen Schlag zu transportieren. Dabei wird es auch die Möglichkeit geben, Kisten zu snappen, also einzurasten, quasi sie automatisch im Schiff auszurichten und so zu platzieren, dass sie gerade und sauber stehen und aufeinander gestapelt werden können. Für die allererste Iteration dieser neuen Frachtmechanik steht jedoch erstmal die Arbeit mit Hand und Traktorstrahl auf dem Plan. Alles andere wird dann die Zeit bringen und natürlich auch das Spieler-Feedback zu dieser neuen Mechanik. Stellt sich nun also die große Frage, wie soll das überhaupt alles laufen mit der Fracht? Es wäre ja sicher ziemlich aufwendig, für jede einzelne Kiste durch die Station zu laufen, mal ganz abgesehen davon, dass dort ja unser Multitool gar nicht funktioniert. Und gerade bei den größeren Städten ist der Frachtstandort ja auch ein ganz anderer als der, wo sich unsere Schiffe befinden. Und hier kommen nun die persistenten Hangars ins Spiel. Dabei handelt es sich um richtige Hangars in der Spielwelt von Star Citizen, die uns gehören. Sie sind persistent, behalten also sämtliche Veränderungen, die wir an ihnen vornehmen und dienen als Schnittstelle zwischen den Stationen und den Schiffen. Persistente Hangars sind auch im Spiel kauf- oder leihbar und erlauben uns Spielern die Verwaltung unserer Raumschiffe sowie unserer Frachten und anderen Besitztümern. Im Detail bedeutet das, dass wir Frachtcontainer im Hangar lagern können sowie zwischen Schiffen verschieben und austauschen können. Wichtig dabei, alle Spieler, die ein Game-Package besitzen, haben dort ja auch schon einen Hangar enthalten, der bisher über dieses externe Hangar-Modul auch abrufbar war. Und das ist im Prinzip genau dasselbe, den wir dann auch im Spiel haben werden, wobei das in der ersten Iteration noch ein bisschen anders laufen wird, weil es noch nicht alle Hangars im Spiel direkt gibt. Sobald dieses Feature implementiert wurde, wählen wir unsere Start-Location im Spiel, beispielsweise Area 18 auf A-Corp und haben dann dort auch unseren eigenen Hangar. Wenn wir noch woanders irgendwelche Hangars haben wollen, dann müssen wir die entsprechend kaufen, also im Spiel oder allein und so weiter. Allerdings wird es aus technischen und logischen Gründen natürlich nicht exakt für jeden Spieler einen komplett eigenen Hangar geben, das gäbe die Spielwelt auch aktuell gar nicht her. Stattdessen handelt es sich um mehr oder weniger instanzierte Gebiete, die nur so lange uns gehören und unseren Hangar abbilden, bis wir diesen verlassen. Will also danach direkt nach uns ein anderer Spieler in seinen Hangar gehen, wird unser, sobald wir ihn verlassen haben, abgespeichert und aus dem Spiel raus gestreamt. Dann wird der Hangar des zweiten Spielers geladen, davon kriegen wir aber gar nichts mit, weil wir sind ja schon an einer anderen Location in dem Moment, und wird entsprechend hineingeladen. Es wird also im Endeffekt eine gewisse Anzahl an Hangars geben, die gleichzeitig aktiv sein können, also Hangarslots gewissermaßen, und diese wechseln sich dann immer ab zwischen den Spielern, um einfach den Eindruck zu vermitteln, dass jeder Spieler tatsächlich seinen eigenen Hangar hat. Kehren wir später zurück und wollen erneut in unseren Hangar, werden wir aber, um den Eindruck der Eigenschaftlichkeit aufrechtzuerhalten, genau an die gleiche Location wie vorher gehen, genau dieselben Türen öffnen und unser persistenter Hangar wird wieder geladen, sodass alles genau so aussieht, wie als wir den das letzte Mal verlassen haben. Kurz gesagt, wenn du Hangar Nummer 17 auf Arkob besitzt, dann wirst du auch immer zu genau diesem Hangar 17 gehen, und das fühlt sich für dich als Spieler ganz normal an, als wäre der quasi nie weg. Und gleichzeitig kann aber CRG auf diese Weise Tausende oder Millionen von Spielern parallel handeln. Mit der Zeit wird sich noch zeigen, das sagt jedenfalls CRG, ob sie mit der Vergrößerung von Locations und dem Ausbau der Städte und so weiter und so fort, diese Instanzierung zurückfahren. Step by Steps werden sie es wahrscheinlich nie ganz rauskriegen, aber sie wollen möglichst wenig von so einer Instanzierung, von solchen Tricks hereinhaben. Das wird aber erst die Zeit zeigen. Außerdem wird das Ganze auch dynamisch gemacht, also eine Art dynamisches Sharding oder dynamisches Instancing. Das wird also genutzt, um nur so viele virtuelle Hangars zu erzeugen, wie auch Spieler an diesem Ort sind. Also wenn nur drei Spieler zum Beispiel in Lorville sind, wo es 20 Hangars gibt, da wird auch nichts instanziert, es sei denn, die zwei Spieler haben genau denselben Hangar aus irgendeinem Grund. Auch andere Spieler können, sofern wir ihnen Zugriff gewähren, in unsere Hangars hineingehen. Somit soll es möglich sein, gemeinsam Frachten zu verladen, Schiffe zu equipen oder andere Dinge als Gruppe zu erledigen. Der Plan ist, dass Wareneinkäufe in Locations mit dem Hangar direkt in diesen geliefert werden. Der Spieler muss danach sein Schiff aus seinem Hangar heraus selbst beladen und die Kiste entsprechend hin und her transportieren. Falls ein Spieler keinen Hangar besitzt, kann er sich einen mieten. Es soll aber auch temporäre Hangars geben, um etwaige Probleme mit diesem System abzufangen oder auch Quest-Hangars. Wenn man beispielsweise eine Handelsmission macht, bekommt man also so einen Quest-Hangar, wo schon die Waren vorbereitet stehen und nur noch verladen werden müssen. Beim Ausladen funktioniert es dann übrigens ganz genauso, denn Verkauf wird nicht mehr aus dem Schiff, sondern aus dem Hangar. Wir verladen also unsere Fracht aus dem Schiff in den Hangar und verkaufen sie dann. Übrigens, auch die Gewinne oder Kosten aus dem Trading sollen mit anderen Mitspielern über den Hangar vernünftig geteilt werden können, um Multi-Crew-Gameplay weiter auszubauen. Das Ganze funktioniert dann über einen Frachtenaufzug, der von einem oder von mehreren Spielern bedient werden kann, um Schiffe zu beladen und die Frachten zu verteilen. In Zukunft sollen dann auch Drohnen und NPCs sowie weitere Tools hinzukommen, um die Waren im Hangar zu verwalten, zu verladen oder anderweitig zu transportieren. Auch Cargo-Decks, ein Feature, was vor langer Zeit schon implementiert wurde, aber bis heute ziemlich nutzlos ist, sollen eine kleine Rolle beim neuen Trading-System spielen, aber mit abstrichen. Nämlich als Dreh- und Angelpunkt für den Kauf und Verkauf der Waren. CRG hat sich mittlerweile vom ursprünglichen Gedanken getrennt, diese Cargo-Decks als eine Art Bazar zu nutzen, denn eigentlich war geplant, dass Spieler bestimmte Flächen im Cargo-Deck mieten können, um dort zu landen und entsprechend einzukaufen oder zu verkaufen und die Schiffe zu be- und entladen. Durch die persistenten Hangars entfällt dieser Nutzen nun und es wäre ohnehin nicht wirklich gut gegangen, da der Platz einfach nicht ausreichend wäre und an der Instanzierung dort nur schwer möglich ist. Insofern kann man sagen, ist das Cargo-Deck-Feature für sich gescheitert und wurde nun umgedacht und in die Hangars integriert. Die Zukunft wird dann zeigen, was Cargo-Decks darüber hinaus noch für eine Rolle spielen können oder ob sie im Zweifel sogar grundlegend verändert werden müssen, vielleicht sogar durch etwas anderes ersetzt werden. Stellt sich nun also die große Frage, wann kommt der ganze Kram? Wie sieht es generell aus mit Trading, Shopping und auch dem Verkauf von irgendwelchen Items? Also, das Verkaufen von Gegenständen soll erst im Dezember kommen. Darin inbegriffen sind offenbar auch Schiffskomponenten sowie Raumschiffe selbst. Geplant ist, dass jeder Shop auch die Items wieder kauft, die er selber verkauft hat, halt zum geringeren Preis. Wir müssen also nur dorthin gehen, um die Objekte zu verkaufen, was über ein neues UI gelöst wird. Per assistente Hangars sowie alles, was dazu gehört, steht für Patch 3.17 im März 2022 auf der Roadmap, auf der Release View. Das neue Frachtsystem ist noch gar nicht auf der Release View zu sehen, steht aber im Progress Tracker bis November. Möglich also, dass wir bereits im Dezember-Patch, also Alpha 3.16, das neue Frachtsystem erleben können in einer etwas kleineren Version und die Hangars dann nachgeliefert werden. Es könnte aber auch sein, dass beides zusammenkommt, nämlich erst nächstes Jahr im März. Und sicher wollt ihr bei all diesen Infos zum Trading und zum Thema Fracht auch gerne wissen, ob es ein generelles Rebalancing der Wirtschaft in Star Citizen geben wird. Immerhin ist das aktuelle Trading ja weniger als ein schlechter Witz und aufgrund der geringen Mengen und schlechten Preise quasi inexistent. CIG sagt hier, dass sie sich darüber bewusst sind, was ich übrigens lustig finde, aber dazu gleich noch ein bisschen mehr, und dass es natürlich immer ein Risiko ist zu handeln. Man braucht also immer ein bestimmtes Kapital, um überhaupt sinnvolle Mengen zu kaufen, hat das Risiko überfallen zu werden oder weggeschossen zu werden und so weiter und so fort. Es soll also auf jeden Fall preisliche Veränderungen geben, vielleicht auch schon mit dem Quantas-System sowie Mengenänderungen stattfinden. Es soll größere Container geben, anstatt nur diese ein Unit oder ein SCU-Einheiten und es soll möglich sein, auch riesige Mengen zu verwalten, ähnlich wie man das von Börsen kennt. Mehr Details gibt es hier von CIG zumindest erstmal nicht, sind wir mal gespannt, wie sich diese Änderungen auswirken. Einen kleinen Blick in die Zukunft geben sie uns dennoch, denn das Trading wird in Zukunft auch im Rufsystem verankert, was bedeutet, dass auch Händler und Lieferanten bei Fraktionen aufsteigen und bessere Belohnungen sammeln können. Generell soll das Jahr 2022 ganz im Sinne der Wirtschaft, des Quantas-Systems und des Tradings stehen. Insofern können wir mal davon ausgehen, dass da noch jede Menge auf uns zukommen wird. Zum Thema Trading kann ich euch aber noch ein bisschen mehr sagen, denn ich habe mich schlau gemacht und habe noch ein bisschen geschaut. Und es gibt einen Beitrag im Spectrum, den verlinke ich euch auch hier unten im angependen Kommentar, der der ganzen Trading-Problematik, der aktuellen, mal auf den Zahn fühlt. Denn es scheint sich tatsächlich um ein grundlegendes Problem, um einen Bug zu handeln. Ich will euch das ganz kurz erklären, aber wer es nochmal ganz genau nachlesen will, der kann einfach den Link anklicken und am Spectrum lesen. Das Trading ist seit Alpha 3.12 verbuggt. Und das Einzige, was sich am Trading mit Alpha 3.12 geändert hat, ist folgende Tatsache, nämlich, dass das Trading jetzt serverübergreifend funktioniert. Das heißt, früher hatten wir auf jedem Server einen eigenen Warenpool und die Refresh der Shops und so weiter. Und das ist jetzt serverweit. Kauft also auf irgendeinem Server, auf dem wir selber gar nicht sind, irgendein Spieler bei irgendeinem Außenposten eine Ware X und wir sind zum selben Zeitpunkt auch auf unserem Server an dieser Location und wollen dieselbe Menge kaufen, dann konkurrieren wir quasi miteinander. CRG hat hier erstmal vergessen, die Refresh-Raten entsprechend hochzudrehen, denn es streiten sich ja jetzt nicht mehr 50 Leute maximal um dieselben Waren, sondern Tausende. Das ist aber wohl gar nicht das Kernproblem. Das Kernproblem kommt von einer anderen Sache, nämlich, dass die Shop-Inventars in den einzelnen Servern grundsätzlich leer spawnen. Also, wenn ein neuer Server geöffnet wird, weil neue Spieler ins Spiel kommen und es sonst keinen Platz mehr gäbe, wird ein neuer Server, ein virtueller Server kreiert. Das kennen wir ja. Und auf diesem Server, sobald er quasi aktiv wird, sind alle Shops im Spiel erstmal leer und beginnen sich zu refreshen. Das Problem an der Sache ist, dadurch, dass alle Server miteinander verbunden sind beim Trading, teilen sie sich auch die gesamten Warenmengen auf. Und das heißt, dass das gesamte Inventar der Shops, also serverweit, entsprechend fällt, weil wir haben ja jetzt plötzlich einen weiteren Server, der aber leere Shops hat. Mit anderen Worten, jedes Mal, wenn ein virtueller Server neu geöffnet wird, was ständig passiert, werden alle Shop-Inventars auf allen Servern gewissermaßen gelöscht. Das Ganze ist übrigens keine reine Theorie und nur reine Spekulation. Das wurde getestet und hat sich sogar bewiesen, denn es gibt ein paar wenige Waren, die aus irgendwelchen Gründen immer mit einem vollen Shop-Inventar spawnen. Also wenn da ein Server neu entsteht, dann ist diese eine Ware grundsätzlich quasi voll da in dem Shop. Und genau diese Waren sind es, die grundsätzlich immer gut getradet werden können, weil sie in rauen Mengen vorhanden sind. Mit anderen Worten, oder um es ganz einfach und kurz zu sagen, CRG löscht gewissermaßen. Hermann nennt selber das Shop-Inventar aller möglichen Shops, bis auf ein paar Ausnahme-Waren, weil die halt voll spawnen, dadurch, dass die neuen Server, die Virtual-Server, die für neue Spiele geöffnet werden, immer mit leeren Inventaren spawnen und dadurch die Durchschnittsmengen insgesamt senken. Deswegen können wir nicht traden, deswegen sind die Shops leer und die Refresh-Raten sind ja generell sehr, sehr niedrig. Die wurden auch teilweise absichtlich extrem runtergesetzt, was aber eigentlich gar kein Problem wäre, denn die ticken ja auf ganz, ganz vielen Servern parallel. Theoretisch jedenfalls. Gut, werden wir alles sehen. Vielleicht fixen sie das Problem auch einfach. Das wäre ja eine recht simple Lösung, wenn sie es denn fixen können. Ansonsten warten wir einfach mal auf das neue Trading-System, was sie hier planen. Was meint ihr zu alledem? Freut ihr euch auf mehr Trading, mehr Persistenz und vor allem mehr haptisches Gameplay mit Containern und Co.? Ich persönlich muss sagen, ich finde all das wahnsinnig gut und auch wirklich sehr, sehr wichtig. Denn wir wissen, dass die überwiegende Mehrheit wirklich die Nase voll vom Kampf hat. Viele wollen gerne traden, meinen oder eben andere Dinge im Worst tun, die nichts mit Kopfgeldjagd und Kampf zu tun haben. Und Star Citizen steht ja letztendlich auch genau dafür. Eine maximal realistische und immersive Simulation zu sein und kein Shooter. Hoffen wir mal, dass die Pläne aufgehen und alles gut vorankommt. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.